Es gibt Erfahrungen, die einfach alles verändern. Fallen dir gerade solche Erfahrungen ein? Eine Erfahrung sollte sogar die ganze Welt verändern. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du am 11. September 2001 warst? Das ist jetzt beinahe 20 Jahre her, der Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon. Kurz nach diesen Anschlägen erschien ein Buch mit dem Titel Der Tag, der die Welt verändert. Doch wurde dadurch die Welt wirklich verändert? Vielleicht mal kurz durchgeschüttelt, aber dann ging es im Wesentlichen genauso weiter wie vorher. Da hat der Tag, an dem das Smartphone auf den Markt kam, die Welt bestimmt viel mehr verändert. Ich glaube, dass es kaum Ereignisse oder Erfahrungen gibt, die die ganze Welt oder auch nur eine Gesellschaft verändern können. Ich glaube, Veränderung findet fast ausschließlich nur im einzelnen, persönlichen Leben statt. Und da gibt es dann schon Erfahrungen, die mich komplett verändert haben. Zum Beispiel ein paar Mal, als ich ganz krass gescheitert bin und dann die Erfahrung von Vergebung und echter Befreiung gemacht habe. Dadurch wurde ich echt verändert. Gnade und Barmherzigkeit haben da einen völlig anderen Raum in meinem Leben bekommen. Sicher kannst du von ähnlichen Erfahrungen berichten. Von solchen Erfahrungen, wo Gott dir in deiner Verzweiflung geholfen hat oder dich mit großer Freude erfüllt hat. Unser Glaube, der lebt von solchen Erfahrungen. Aber was verändern solche Erfahrungen bei uns? Wie sieht unser Leben danach aus? Der Psalm 40, um den es heute geht, der spricht von solch einer Erfahrung und auch von den Auswirkungen, die diese Erfahrung mit sich bringt. Ich werde den Psalm jetzt nicht nochmal im Ganzen vorlesen, sondern drei Abschnitte dieses Psalms anschauen. Der erste Abschnitt, da geht es um die Glaubenserfahrung, die David macht. Im zweiten Abschnitt geht es darum, dass er aus dieser Erfahrung heraus eine geistliche Haltung entwickelt hat. Und im dritten Abschnitt, den ich nur noch ganz kurz anschauen werde, geht es darum, dass er darin seinen geistlichen Halt gefunden hat. Schauen wir uns mal den ersten Punkt an, eine Glaubenserfahrung machen. David, der Dichter dieses Psalms, macht eine beeindruckende Glaubenserfahrung. Wir erfahren zwar nichts Genaues darüber, wie seine Situation war, aber es muss wirklich schlimm gewesen sein. Er beschreibt die Lage als Grube des Verderbens, als Schlamm und Morast. Diese Begriffe beschreiben im Alten Testament der Bibel eigentlich schon die Totenwelt. David war also näher am Tod als im Leben. Vielleicht durch Feinde oder durch eine schlimme Krankheit. Doch nun macht er eine einschneidende Erfahrung. Wir lesen, dass David beharrlich auf den Herrn gehofft hat. Das erinnert mich an die Predigt von der letzten Woche zum Thema echt stark. Da haben wir von Jesaja gehört, dass alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, neue Kraft und Auftrieb bekommen werden oder Aufwind. Auch wenn sich die schwierigen Umstände über Jahrzehnte hinweg gar nicht ändern. Hier ist es jetzt aber anders. David wird von Gott aus der Grube und aus dem Schlamm gezogen und auf einen Fels gestellt, heißt es. Also er bekommt wieder Boden unter den Füßen, Sicherheit und Halt. Er findet zurück ins Leben. Und das ist für David eine echte Glaubenserfahrung. Das ist ja nicht einfach so geschehen, sondern er hat seine ganze Hoffnung auf den Herrn gesetzt. Und der ist es jetzt, der all das tut. Lesen wir noch mal die Verse 2 bis 4. Unbeirrt habe ich auf den Herrn gehofft und auf seine Hilfe habe ich gewartet. Er hat mein Schreien gehört und mir geholfen. Ich sah mich schon im Grabe liegen. Ich sah mich im Sumpf versinken. Doch er hat mich herausgezogen und mich auf Felsengrund gestellt. Jetzt kann ich wieder sichere Schritte tun. Ein neues Lied hat er in meinen Mund gelegt, mit dem ich ihn preisen kann, ihn und sein Gott. Viele sollen es hören und sehen. Dann nehmen sie den Herrn wieder ernst und schenken ihm ihr Vertrauen. Das war Davids Glaubenserfahrung. Möglicherweise war es sogar eine seiner ersten Glaubenserfahrungen, denn am Ende des Psalms hören wir, wie er daraus Hoffnung schöpft und Vertrauen schöpft für eine erneute Krise. Welche Glaubenserfahrungen hattest du bisher? Vielleicht auch so eine erste Glaubenserfahrung. Vielleicht bist du einmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Ein Bekannter von mir war als junger Erwachsener in relativ kurzer Zeit in drei schweren Autounfällen verwickelt. Und die hat er alle unverletzt überstanden. Und das hat sein Leben verändert. Dadurch kam er ins Nachdenken und zum Glauben an Jesus Christus. Was hast du erlebt? Vielleicht hast du in einer aussichtslosen Lage Friede und neue Zuversicht gefunden. Oder Gott hat dich aus der Grube der Hoffnungslosigkeit zum Beispiel einer schlimmen Krankheit herausgezogen. Vielleicht hat er dir in tiefer Trauer oder nach schmerzhaften Verletzungen geholfen, wieder Freude und Glück zu empfinden. Ich finde es schön, dass es hier bei David nicht so ganz klar ist, was es bei ihm war. Denn so können wir uns selbst in diesem Psalm wiederfinden. Davids Glaubenserfahrung besteht hier gleich aus sechs Taten Gottes. Die erste ist, Gott hat gehört. Das heißt also, dein verzweifeltes Hoffen und Schreien zu Gott entgeht ihm nicht. Das zweite ist, Gott hat geholfen. Wörtlich, er hat sich zu David geneigt. Gott ist also nicht nur der über alles Hocherhabene. Er kommt aus Zuneigung zu dir, von seinem Thron, um dir zu helfen. Das dritte, Gott hat ihn aus der Grube und aus dem Sumpf gezogen. Das bedeutet, Gott verhindert deinen Untergang. Das heißt nicht, dass er immer Not und Leid von uns abwenden wird. Aber wer auf Jesus vertraut, wird leben, selbst wenn er stirbt. Mit Jesus wirst du nicht in der Grube und im Sumpf versinken. Das nächste ist, Gott hat ihn auf einen Felsengrund gestellt. Gott schenkt dir einen festen und unerschütterlichen Halt im Leben. Nichts soll dir mehr den Boden unter den Füßen wegreißen können. Und das fünfte ist, Gott hat seine Schritte festgemacht. So heißt es im Vers 3 wörtlich. Es wird also wieder Bewegung in dein Leben kommen. Gott schenkt dir eine Richtung und ein Ziel, das du dann mit neuem Mut und mit neuer Entschlossenheit verfolgen kannst. Du kannst wieder feste Schritte gehen. Und das Letzte, das Sechste ist, Gott hat ein neues Lied in seinen Mund gelegt. Deine Freude wird zurückkehren. Und du wirst nicht anders können, als Gott zu loben. Das alles hat David erlebt. Und Gott ist hier das Zentrum. Gott ist hier der Handelnde. Und das hat jetzt noch größere Auswirkungen. Davids Vertrauen zu Gott multipliziert sich jetzt in andere. Es ist in diesen ersten vier Versen ein ganz klarer Ablauf erkennbar. Zuerst sagt David, ich habe, dann sagt er, Gott hat und schließlich sagt er, viele Menschen werden. David sagt, ich habe auf Gott vertraut. Als zweites sagt er dann, Gott hat an mir gehandelt. In diesen sechs Dingen, die ich beschrieben habe. Ich habe auf Gott vertraut. Gott hat an mir gehandelt. Und schließlich sagt er, viele Menschen werden das sehen, Gott ernst nehmen und dann auch auf diesen Gott vertrauen. Meine Glaubenserfahrung ist also nicht mein Privatbesitz. Nein, Gott möchte dadurch gleichzeitig den Glauben in anderen hervorrufen und stärken. Keins der Wunder, die Jesus getan hat, war je als Privatbesitz gedacht. Immer sollten dadurch viele Menschen zum Glauben finden. Am Ende vom Johannesevangelium wird gesagt, dass alle Bücher dieser Welt nicht ausreichen würden, um zu berichten, was Jesus alles getan hat. Aber die Wunder, von denen er berichtet, wurden aufgeschrieben, so heißt es, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Ganz ähnlich sieht das David in seinem Psalm. Er behält seine wunderbare Glaubenserfahrung nicht für sich selbst, sondern fängt in den Versen 5 bis 6 regelrecht zu predigen an. Ich lese mal die Verse 5 bis 6. Wie glücklich ist, wer ganz auf den Herrn vertraut und sich an keine andere Macht bindet, die nur in die Irre führen. Herr, mein Gott, du hast so viel für uns getan. Niemand ist wie du. Deine Pläne, deine wunderbaren Taten, wenn ich sie alle aufzählen wollte, ich käme nie an ein Ende. David schwärmt hier förmlich für Gott. Und er wünscht jedem, dass er auch anfängt, diesem Herrn zu vertrauen, denn Gott ist unvergleichlich gut. Da sind wir auch schon ein bisschen beim zweiten Punkt. Im ersten Punkt ging es ja um unsere Glaubenserfahrung. Aber nun ist die große Frage, was verändert das eigentlich? Leider haben die Wunder Jesu zu seiner Zeit bei den allermeisten Menschen gar nichts verändert. Und leider erlebe ich das auch heute noch so. Menschen haben in den schlimmsten Nöten Gottes Hilfe erfahren und kurz danach geht alles weiter wie bisher. Glaubenserfahrungen sind völlig für die Katz, wenn der zweite Punkt dieses Psalms ausbleiben würde. Und der zweite Punkt dieses Psalms heißt, eine geistliche Haltung entwickeln. Und da geht es um die Verse 7 bis 11. Das Erste, was sich bei David ändert, ist, er kommt von einem rein äußerlichen Gottesverhältnis zu einem innerlichen Gottesverhältnis. David sagt im Vers 7 und noch so am Anfang von Vers 8, Das ist revolutionär, was der David hier sagt. Vier Arten von Opfern werden hier aufgezählt, die Gott durch Mose ganz klar angeordnet hat und die Kernelemente des Gottesdienstes in Israel waren. Und David sagt einfach, Gott hat an diesem Gottesdienst keinen Gefallen. Das ist gar nicht, was er von uns will. Vielen von uns fehlen in dieser Pandemie, ja, die Gottesdienste. Die haben uns so gefallen und wir wollen die unbedingt wiederhaben. Könnte es vielleicht sein, dass die Gott gar nicht so sehr fehlen, diese Gottesdienste? Könnte es sein, dass mittlerweile zu viel Gewicht auf der äußeren Veranstaltung liegt? Vielleicht ist diese Pandemie eine Chance, um hier dem David und übrigens auch den Propheten zu folgen und das Gewicht von der rein äußerlichen Gottesdienstpraxis wieder ganz neu auf die innere Haltung zu verlagern. David sagt hier zu Gott, hier bin ich, hier bin ich. Es geht nicht um die Opfer, die er für Gott bringt. Es geht auch nicht um die schönen Gottesdienste im Tempel oder der Stiftshütte damals noch. Es geht um mich als ganze Person. Gott will nicht deinen Zehnten und will auch nicht nur deinen Sonntagvormittag oder die paar Minuten vorm Essen bei der Losung lesen oder bei der Bibellese. Er will dich ganz. Er will, dass du ihm ganz gehörst und dass du auf ihn hörst. Er will, dass du dich ihm voll und ganz hingibst und ihm vertraust und gehorchst. Boah, das ist aber auch nicht gerade mehrheitsfähig in unserer Zeit, oder? In unserer Zeit, die so stark von Autonomie und von Selbstbestimmung geprägt ist. Aber dieser Anspruch steht ja auch nicht einfach so zusammenhanglos im Raum hier im Psalm. David kommt aus einer persönlichen Glaubenserfahrung heraus zu dieser Haltung. Es ist kein auferlegter Zwang zum Gehorsam, von dem David hier schreibt. Nein, in Vers 9 sagt David, es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisung trage ich in meinem Herzen. Davids Haltung hat sich durch seine Glaubenserfahrung also verändert. Weil er Gott als gütigen und liebenden Vater kennengelernt hat und als guten Herrn, ist Gehorsam nicht länger ein Muss, sondern sein persönliches Herzensanliegen. Es ist für ihn Erfüllung und höchste Freude. David ist also von einer äußeren Gottesdienstfrömmigkeit zu einer inneren Herzensbeziehung zu Gott gekommen. Die Liebe zu Gott und das Vertrauen zu ihm füllt ihn jetzt ganz aus und bestimmt von nun an sein Leben. David hat begriffen, dass er Gott nichts bringen kann. Mit keinem Opfer könnten wir bei Gott irgendetwas aufwiegen. Alles, was wir sind und was wir haben, auch jede Glaubenserfahrung, die wir machen, ist ganz und gar Geschenk Gottes, das wir nur mit leeren Händen empfangen können. Doch die einzig angemessene Haltung, in der wir das tun können, ist völlige Hingabe zu Gott. Ebenso ein Gehorsam von Herzen, aus Liebe und aus Vertrauen. Und diese neue, innere Herzensbeziehung zu Gott, die will jetzt wieder nach außen dringen. In den Versen 10 bis 11 lesen wir davon. Vor der ganzen Gemeinde will ich erzählen, wie treu du deine Zusagen einlöst. Ich höre niemals auf, davon zu reden. Du weißt es, Herr. Was du getan hast, behalte ich nicht für mich. Ich bezeuge es allen Menschen, dass du treu bist und hilfst. Auch hier entwickelt David eine geistliche Haltung. Wir hatten es vorhin schon kurz angerissen. Seine Erfahrung mit Gott behält er nicht für sich. Er betrachtet es nicht als sein privates Ding mit Gott. Nein, er versteht, dass in einem geistlichen Leben zum Empfangen auch immer das Weitergeben gehört. Gott will durch Davids Glaubenserfahrung eine heilsame Dynamik entfachen. Indem David in der Gemeinde und vor allen Menschen bezeugt, wie treu und wie gnädig Gott an ihm gehandelt hat, hilft er anderen, ihr Vertrauen nun auch auf Gott zu setzen und dann auch solche Glaubenserfahrungen zu machen, wie David selbst. Und wenn auch sie jetzt davon erzählen, helfen sie wiederum anderen, Gott ganz zu vertrauen und immer so weiter. Wo sich so eine geistliche Haltung entwickelt, kann geistliche Dynamik, ja, kann Erweckung entstehen. Aber leider kommt es sogar schon innerhalb der Gemeinde ziemlich selten vor, dass wir von unseren Glaubenserfahrungen berichten. Dabei wäre das noch viel erbaulicher als 20 theologische Erkenntnisse. Hier könnten wir echt etwas wiederentdecken. Erzähle doch von deinen Glaubenserfahrungen. Den letzten Punkt will ich jetzt gar nicht mehr so groß ausbreiten. Es geht im Grunde nur noch darum, wie sich diese veränderte geistliche Haltung Davids nun in seinem weiteren Leben auswirkt. Ich habe den dritten Punkt überschrieben mit geistlichen Halt finden. In den Versen 12 bis 18 ist wieder von einer schlimmen Krise die Rede. Großes Unglück von allen Seiten wird dort beschrieben. Unzählige Verfehlungen, die David einholen. Er hat schon allen Mut verloren. Schimpf und Schande. Menschen, die ihm nach dem Leben trachten. David fühlt sich elend und arm. So wird das umrissen, diese Krise. Schon am letzten Sonntag habe ich ja gesagt, dass Glaube nicht bedeutet, ein leichtes Leben ohne jede Not zu haben. Auch als Christen erleiden wir die Zerbrochenheit dieser Welt. Aber David kann das jetzt nicht erschüttern. Er hat geistlichen Halt gefunden. Und den hat er aber nicht automatisch durch seine Glaubenserfahrungen gefunden, sondern dadurch, dass er diese neue geistliche Haltung in seinem Leben entwickelt hat. Wunder und großartige Erfahrungen mit Gott allein bewirken noch gar nichts. Sie lassen das geistliche Adrenalin vielleicht mal kurz hochschießen, aber das lässt dann auch schnell wieder nach. Die Menschen zur Zeit von Jesus brauchten deshalb immer wieder einen neuen Kick. Ständig haben sie Jesus danach gefragt, Tu doch ein Wunder, damit wir glauben können. Bei David ist das aber anders. Ihn hat seine Erfahrung mit Gott wirklich innerlich verändert. Er lebt jetzt in einer neuen geistlichen Haltung. Er weiß, dass er Gott kein Opfer bringen kann, das gut genug wäre, um irgendetwas bei Gott zu bewirken. Nein, er weiß, Gott selbst bringt Opfer für uns, weil er uns so unendlich liebt. In Jesus opfert er sich selbst für uns auf. Diesem Gott können wir keine Opfer bringen. Nur uns selbst können wir ganz an ihn hingeben und uns voller Vertrauen seinem Plan und seinem Willen ausliefern. Das hat David getan. Und genau darin findet er jetzt Halt. Denn er weiß, egal was auch passiert und wie schlimm die Krise auch noch werden kann, ich gehöre meinem Gott, ich gehöre ganz zu ihm. Ich habe mich ihm ausgeliefert, ich bin sein. Und dann sagt er, Du, Herr, wirst mir dein Erbarmen nicht entziehen. Deine Güte und Treue werden mich stets bewahren. Alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner Hilfe verlangen, sollen es immer wieder bezeugen, der Herr ist groß. Ich bin arm und vom Leid gebeugt, aber der Herr denkt an mich. Du bist meine Hilfe und du bist mein Befreier. Ich wünsche dir solche Glaubenserfahrung und ich wünsche dir, dass du dadurch genauso eine geistliche Haltung in dir entwickelst. Amen.